Willkommen zu unseren News am Wochenende Kalenderwoche 31 und das sind die News der Woche. Mit dem Ferrari Humlot E-Sport Series steigt Ferrari in den digitalen Rennsport ein. Der Wettbewerb wird in der Rennsimulation Assetto Corsa ausgetragen. Gefahren wird mit dem Ferrari 488 Challenge Evo, der extra für diesen Wettbewerb entwickelt wurde. Startschuss für die Ferrari Humlot E-Sport Series soll im Herbst erfolgen. Dem Gewinner der Serie wird die Ehre zuteil, in das Ferrari Driver Academy Humlot E-Sport Team aufgenommen zu werden. Registrieren kann man sich ab den 7. August. Die Qualifikationsläufe, in der die 24 schnellsten Amateurfahrer ermittelt werden, erfolgen im September. Registrierungen werden über die offizielle Homepage entgegengenommen. Es ist wieder soweit. Ein neuer Monat hat begonnen und Playstation Plus Mitglieder begeben sich wieder in den PS Store, um die nächsten gratis Games abzustauben. Und ja, es gibt wieder zwei Kracher und den ersten können wir sogar schon seit dem 28. Juli runterladen. Und zwar handelt es sich hier um Call of Duty Modern Warfare 2 Remastered. Das zweite Spiel im PS Plus Abo ist ein chaotischer Hindernisparcours Multiplayer namens Fall Guys Ultimate Knockout. Der schon in der Beta sehr erfolgreiche Partytitel feiert sein PS Debüt am 4. August. Eine überraschende Ankündigung für alle Flight Sim Fans. Bisher sollte der Microsoft Flight Sim Leute exklusiv über den Microsoft Store erscheinen und dies sich bisher auch nur für diese Plattform vorbestellen. Doch seit dem 30. Juli kann man den kommenden Flight Sim direkt über Steam vorbestellen. Und ist dort ebenso ab den 18. August zum Zocken freigeschaltet. Und es gibt eine weitere erfreuliche Nachricht. Die VR-Unterstützung kommt früher als gedacht. Wie Microsoft ankündigt, wird das Update schon im Herbst für Besitzer des Spiels kostenlos zur Verfügung stehen. Sony wie auch Microsoft haben noch einiges in der Hinterhand. Wie verschiedene Brancheninsider vermelden, darunter auch Imran Khan aus dem Kinder Funny Gamecast, sollen die Publisher noch unangekündigte Spiele in der Schublade haben. Laut seiner Aussage soll Sony und Microsoft noch Spiele zu zeigen haben, die uns überwältigen werden. Doch langsam wird die Zeit knapp, in der Sony und Microsoft mit weiteren Ankündigungen eigener und dritter punkten können. Punkten könnte Sony jedoch mit der Vorstellung der PS5 UI. Die Benutzeroberfläche soll sich bekanntlich stark von der PS4 unterscheiden. Laut Gerüchten soll Sony sich gezwungen fühlen, diese bald bekannt zu geben, aufgrund der Leak-Gefahr. Wie es schon bei der Enthüllung des neuen DualSense Controllers war. Brancheninsider Tydux, der schon des öfteren Details zum Design und den Features der PS5 angeteast hat, spricht davon, dass bald ein neues Update für die offiziellen Dev-Kids erscheint, mit dem PS5 UI. Bisher besitzen die PS5-Dev-Kids die bekannte PS4-Oberfläche. Doch nicht nur Tydux deutet darauf hin, auch Analyst Daniel Ahmed schreibt auf Twitter, dass wir bald mehr davon hören werden. Und wir im Rahmen dieser Enthüllung auch die neuen Features gezeigt bekommen. Ja, das waren die News der KW1.30 an die ich stehe. Verabschieden wir uns von euch, wenn euch die Folge gefallen hat, dann freuen wir uns natürlich über eine positive Bewertung von euch. Und damit ihr keines unserer Videos verpasst, einfach ein Abo dalassen und das Glöckchen aktivieren. Vielen Dank fürs Zusehen, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal und frohen Loot. Und ciao!